Herzlich willkommen, Dominik Guilla, mein Name. Ich habe meinen Job gekündigt. Und das Besondere ist, ich habe meinen Job geliebt. Ich hatte wunderbare Kollegen. Ich habe den Job knapp zehn Jahre lang gemacht und war echt eine super, super geile Zeit. Trotzdem habe ich den Schluss gefasst, meinen Job zu kündigen. Ich will dich hier auf dem Weg mitnehmen, was mir so durch den Kopf geht, wenn man so eine Entscheidung trifft, auch wenn man da im Prozess drin ist. Und natürlich stellen sich die Fragen, was mache ich, wenn ich meinen Job kündige? Mit was verdiene ich letzten Endes auch mein Geld? Und was löst es natürlich aus, wenn du deinen Job kündigst oder ich in dem Fall meinen Job kündige? Und wenn es dich interessiert, das Thema, dann abonniere gerne diesen Channel hier. Wenn du dem Channel folgst, dann siehst du, dass ich oft Buchvorstellungen gemacht habe und die auch weitermachen werde. Seit einiger Zeit ist keine erschienen, aber es werden auch wieder Buchvorstellungen erscheinen. Immer so, wie ich einfach Lust habe. Und ich lese einige Bücher und es werden auch wieder einige vorgestellt werden. Deswegen keine Sorge, da kommt was. Aber zusätzlich zu den Infos, natürlich zu den Büchern, gibt es einfach die Infos, was mir so durch den Kopf geht, was es in mir ausgelöst hat, warum ich natürlich meinen Job gekündigt habe. Das ist ja auch immer ein ganz spannender Punkt, weil ich glaube, es gibt einige, die einfach ihren Job kündigen, weil sie keine Lust mehr haben auf ihre Arbeit oder weil es ihnen dort einfach keinen Spaß macht, das, was sie dort machen. Das war bei mir eben nicht der Fall, sondern bei mir war es einfach der Fall, dass ich es sehr, sehr geliebt habe, was ich gemacht habe. Und wenn ich was liebe, dann stecke ich da eher zu viel Energie als zu wenig rein. Das heißt, es passiert mir auch leicht, dass ich da natürlich zu viel arbeite und damit mich gewissermaßen verausgabe. Und das ist mir so auch ergangen oder passiert. Und dann kam noch ein privates Ereignis dazu, warum ich letzten Endes den Entschluss gefasst habe, dass es erstmal gesünder für mich ist, den Job niederzulegen. Und ganz viele Leute haben mich natürlich gefragt, hey Dominik, was machst du dann? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was willst du als nächstes machen? Wie möchtest du dein Geld verdienen? Warum hast du den Entschluss überhaupt gefasst, nachdem du doch dir das letztlich auch erarbeitet hast auf der Position oder der Stelle, auf der du zuletzt warst und da doch einiges reingesteckt hast, um dort auch hinzukommen? Warum kündigst du das dann einfach? Diese Arbeit, besonders wenn du coole Kollegen hast, wenn dir das Ganze Spaß macht, was bei mir definitiv der Fall gewesen ist. Und die nächste Frage, die natürlich immer wieder gekommen ist, ist auch, wirst du wieder zurückgehen zu deinem Arbeitgeber oder wirst du wieder was ähnliches machen? Und ich werde in dem Video schon mal ein paar Antworten darauf finden oder sie dir ein bisschen erläutern und natürlich dann in den Folgevideos auch, weil es sind so verschiedene Phasen, glaube ich, oder zumindest ging es mir so, die man durchläuft und auch verschiedene Gedanken, verschiedene Gefühle, die man dort durchmacht, wenn man in so einem Prozess drin ist, weil ich glaube, so eine Entscheidung trifft man letztlich nicht von heute auf morgen. Zumindest nicht, wenn man nicht irgendwie innerlich gekündigt hat, sondern wirklich Spaß an der Sache eigentlich an sich hat, sondern es andere Gründe sind. Deswegen starten wir mal mit der Frage, wie lang eigentlich der Prozess gedauert hat, bis ich die Entscheidung getroffen habe. Und wer dem Kanal hier schon länger folgt, der weiß, dass ich auch mal ein Buch vorgestellt habe. Da ging es um ein Thema, was man ganz gerne eigentlich so ein bisschen beiseite schiebt, nämlich ist es das Thema der Vergänglichkeit, das Thema Tod. Und in dem Fall ist es so, dass mein Vater überraschend gestorben ist und ich hatte mich da mit dem Buch ja, Tod hieß das, das Buch, wo es einfach um die Vergänglichkeit geht, beschäftigt. Ich verlinke dir das Buch auch nochmal, wenn dich das Thema in irgendeiner Weise bewegt oder wenn du dich vielleicht mit beschäftigen willst, das müsste irgendwo oben erscheinen, die Verlinkung, dann schau dir das an, wenn das dich interessiert. Mir hat dieses Buch sehr, sehr geholfen. Und das war so ein Auslöser tatsächlich, das war im Jahr 2019, also schon einige Zeit, bevor ich dann den Entschluss gefasst hatte, wirklich meinen Job niederzulegen. Das bedeutet auch, es hat aber was in mir ausgelöst und es hat besonders diese eine Sache ausgelöst und ich glaube, das passiert einem dann im Leben, wenn man einfach ein sehr, sehr einschneidendes, schwerwiegendes Ereignis hat. Das ist oftmals eine schwere Krankheit oder eben ein Verlust von einer geliebten Person oder natürlich kann es auch ein Unfall zum Beispiel sein, also etwas, was sehr, sehr überraschend kommt und dann sehr, sehr einschneidend einfach in das eigene Leben eingreift. Und wenn sowas passiert, dann stellt man sich plötzlich alles in Frage. Also ich habe alles in Frage gestellt, vor allem, wie sinnhaft ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe? Warum habe ich da so viel Energie und Zeit reingesteckt und nicht mehr Zeit verbracht mit der Person, die ich liebe, in dem Fall mit meinem Vater? Und man vermisst natürlich, zumindest ging es mir so, dass ich gleichzeitig die Zeit vermisst habe, die ich eben nicht mehr habe und hatte. Die Zeit, die ich auch vielleicht geschäftlich unterwegs gewesen bin, in meinem Fall war es, dass ich dort längere Zeit in Australien gewesen bin und natürlich habe ich dann im Nachhinein sozusagen die Zeit vermisst. Und die Gedanken macht man sich aber natürlich nur, wenn so ein schwerwiegendes Ereignis eintritt. Das bedeutet, wenn man einfach so in seinem Lebensrhythmus, in seinem Rad vielleicht auch, in seinem Daily Business drin ist, dann macht man sich darüber nicht Gedanken oder tendenziell keine. Aber wenn dann sowas passiert und zack von einem auf den nächsten Moment alles anders ist, dann habe ich angefangen, alles zu überdenken und vor allem darüber nachgedacht. Und da war ein Gedanke, in meinem Kopf gekommen ist, dass ich natürlich die Zeit, die ich so als Freizeit habe, gerne verbringen will mit den Menschen, die ich ins Herz geschlossen habe. Mit meiner Partnerin, mit natürlich meinen Eltern in dem Fall noch, meiner Mutter, meinen Geschwistern, meinen Neffen etc. und das ist sowas, das hat bei mir, ja, war der Startpunkt, wo das wirklich ausgelöst wurde, dass ich da zumindest kopfmäßig und gefühlsmäßig ganz viel in Gang gesetzt habe und trotzdem habe ich da nicht sofort gekündigt, sondern, ja, habe mir natürlich mehr Zeit für die Dinge schon genommen, die mir wichtig sind, aber definitiv war das ein auslösender Punkt. Dann ist dazu gekommen, der zweite Punkt in meinem Fall, den ich zu Anfangs erläutert hatte, nämlich, dass ich natürlich, wenn ich eine Sache liebe, mich voll reinhangen, dort voll Gas gebe und einfach, ja, ich habe halt Spaß an der Sache und deswegen stecke ich da Energie, stecke Zeit rein, hatte sehr, sehr coole Kollegen, hatte ein cooles Arbeitsumfeld, einen herausfordernden Job, den ich geliebt habe und habe dort viel Zeit reingesteckt und besonders, wenn ich natürlich auf Geschäftsreise gewesen bin, dann ist es ja so, dann ist man raus aus dem gewohnten sozialen Umfeld und in einem anderen Umfeld drinne, das bedeutet, wenn man dann abends im Hotel ist, dann wird man eher noch, wenn man nicht gerade sich irgendwie, ja, mit Kollegen trifft, dann wird man natürlich eher einfach noch mal ein paar Stunden dranhängen und noch mal ein paar Sachen erledigen, weil man da einfach die Ruhe zu hat, die man vielleicht auch zu Hause nicht hat. Aber das führt natürlich auf Dauer zu der Geschichte, dass man nachher viele, viele Stunden reinsteckt in die Arbeit und damit natürlich einige private Dinge doch zu kurz kommen. Also in meinem Fall ist es ganz konkret auch so gewesen, dass natürlich auch ganz simpel Sport zu kurz gekommen ist und da ich ja, wer mich kennt, Schokolade liebe, etc., ja, passiert es mir auch einfach, dass ich da natürlich schnell ein paar Kilos zu viel habe und dann mich nicht mehr ganz so wohl fühle, aber da ist immer die Verlockung größer als dann mein Wille in solchen Fällen. Aber kurz gesagt, das ist was ganz, ganz Simples, was aber zu kurz kommt. Aber natürlich auch meine Partnerin ist zu kurz gekommen, was natürlich der Beziehung nicht gut getan hat und so weiter. Und das ist mal so, ja, ich merke schon, ich rede hier knapp zehn Minuten, aber das ist wirklich, sind mal so zwei Aspekte, die auf jeden Fall Punkte waren und das Auslösen der Ereignisse, aber der Tod von meinem Vater. Und ich werde dich mitnehmen hier auf die Reise und wenn dich das interessiert, wie es mir dann ergangen ist, auch nachdem ich wirklich die Kündigung durchgeführt habe und welche Kriterien noch dazu beigeführt haben, dass ich den Entschluss final gefasst habe, dann abonniere gerne den Channel hier und du wirst dort eine Info bekommen, natürlich, wenn du die Glocke aktivierst, wenn ich hier ein neues Video zu dem Thema online stelle. Natürlich werde ich auch zwischendrin mal wieder eine Buchvorstellung machen, ich lese gerade ein super spannendes Buch, wo es um das Thema generell Gesundheit geht, aber wirklich allumfassend beleuchtet, werde ich euch vorstellen demnächst das Video und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiedersehen und wiedersehen hier auf dem Kanal und bis dahin natürlich alles Gute und ganz, ganz wichtig, ich danke auch denen von euch, die mir zwischendrin mal eine E-Mail geschrieben haben. Wenn ihr irgendwas habt, was euch da interessiert zu dem Thema, gerade Job kündigen etc., dann könnt ihr gerne es natürlich unten in die Kommentare posten, aber auch, ich weiß, dass das immer ein Thema ist, was man vielleicht nicht unbedingt öffentlich posten will, dann natürlich auch eine E-Mail schreiben an mich, die findet ihr, wenn ihr unter dem YouTube Kanada Info schaut, findet ihr einen Kontakt und dann könnt ihr mir dort Infos zu schreiben. Ich freue mich drauf und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.